Weiter geht's mit 4-3 Jihar Wir haben letztes mal hier alle abgemuckst nachdem du irgendwie Ein Feuerlöch... Ich hab ein Feuerlöch... Na ja gut, ich hab... Na ja gut Ich hab ein... Ich hab was fürs Leben gelernt Niemals Feuerlöch an die Luft jagen Da bin ich fast draufgegangen Cool. Schalter kann ich betätigen Ist auch materiell, aber Waffen kann ich nicht aufnehmen Oh, Blendgranaten So, ich brauch'n Typ... Oh, Blendgranaten Oh, fetter Typ! Geil meiner! Oh Gott, ich seh nix Oh Gott, ich seh nix Ich seh nix, ich baller einfach rein Ich hab alle hier fast getötet Au... Drecksack War das ne Blendgranate? Kein Plan Bist du wirklich fett, oder? Na, so viel fetter sieht er nicht aus Ne, ich hab gedacht... Oh! Ja, die hab ich auch schon gesehen Der ist geplatzt gerade Toll, den hab ich... Ihhh... Den hab ich ja nicht gesehen Ja, siehst du das passieren, wenn du einfach weiterläufst Werdet... Der läuft n' Typ lang Besetzt, meisterhafter Besetzer Erreiche insgesamt 250 Sekunden mit... Und der Körper ist für'n Arsch Ne, ich glaub' du musstest insgesamt alle Gegner, die du zusammen kontrollierst Ne So ein Reusband? Okay, das ist der Typ, der geplatzt ist Seelenband Teile, Stehle Stehle Dann geht's nur an dich War auch der Sinn und Zweck meiner Aktion War auch der Sinn und Zweck meiner Aktion Fanate, Pistole... Manchmal kann ich auch irgendwas aufmachen So, sozusagen Schränke Ganz lustig Hm Jaja Okay, weiter Und? Geht nicht Oder? Andere Richtung Deh, 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 deh Geht's hier? Ja, hier geht's rein Ah! Das war ich Wow, Bullet Time Ich brauch'n Körper Ne, geht grad nicht Oh ne Scheiße aber Okay, wo sind... Klar sind wir Du kannst doch so hochballern, damit machst du doch auch viel Schaden, oder? Ja Ich bin nur tot, wow Bist du tot? Ja, hab zu, doch die Fasse direkt Ähm, hier halten Okay, let's go Ich heb' dich heldenhaft auf, nur indem ich ne Fausten bilde Das macht voll die... Au, Mann, nur seid ihr dumm, ey Mann, den wollt ich grad nehmen, dann nehm ich den hier Kann ich nur ein Hi, heute ist dein Glückstag Oh, verdammt Der wollte irgendwie nicht Oh, Feuerlöscher Na, ich würd mich auch Würd mich auch sträuben, wenn irgendein Typ in meinen Körper rein will Hm Okay Tja, das war's Hier... Hier sind... Achso Adakazim Okay, nochmal Nochmal Gut, nicht Was ist da? Ich geh' die Tür nicht auf Okay, geht irgendwie nicht Nies Na gut Weiter Keine Ahnung, was lang geht Ich geh' einfach mal wieder Zeug Oh, die Cafeteria geht's Oh, Alter Pfff Tja, jetzt gehst du mir... Pfff, erstmal panisch kontrollieren Alter, der Typ war clever Ah... Tür Hallo Ja, mit ner Schrot auf die Entfernung war sehr klug von mir Ah, es hat geholfen Hilfende Hand 15 Hilfen Boah, jetzt treff' dich schon wieder Dann sind sie Grenade Ich muss mich echt an dieses Deckungssystem gewöhnen Das für First Person Shooter irgendwie total ungewohnt Kennt man eher nur so aus ähm... Third Person Shootern wie zum Beispiel jetzt hier GTA 4 Okay... Da, da, da Entdeckung Dennis Philipp 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 Ja? Kann ich ne Heelung? Okay, jetzt bin ich voll Ich bin schon voll Du könntest mich ja hirn und ich renne einfach wie ein Panzer vor Ja, hörst du mich? Mach mal Ja Hieh mich Kann ich aber nicht ewig hirn jetzt zum Beispiel vorbei Der kam geil rüber, der Treffer Okay Da sind noch zwei Ich hatte das Gefühl ich hab die getrockn Holy crap Feuernlöcher VollEX Jaher Geschickter Killer 5 Abschlüsse mit Schestab notebook Schleichtechnik Aha Sie wollen den nach oben entputzen Hier sie ist nicht bloß Ich liebe dieses Teil. Ich liebe den Typen. Ich liebe die Bulletin. Wo kommen denn hier noch Schüsse? Das waren, glaube ich, deine, die mich auf den Schirm machen. Ähm... Nix an Gegenden? Teilen. Oh yeah, 1000 Punkte. F1 konnte man irgendwas aktivieren noch. Scheiße, ich glaube, ich ist mein Cheap Deck. So ein Dreck aber. Ich muss mal kurz in Deckung bleiben. Ok... Leit da, leit da, leit da! Hubblehubble. Ach, Junge, geh aus der Deckung. Ach du, Brutus. Töte drei Gegner mit einem speziellen Nahkampfangriff. Ich hab zwei jetzt getötet. Du hast Nahkampfangriffe? Jep, ich bin tot. Schon wieder? Ich darf einfach nicht zu nahe rangehen. Wo bist du? Ich lieg genau vor, die Roshi. Ok. Tod aus der Tiefe, eins von drei. Drei Abschüsse, während ein... Während erstes, letztes Gefecht. Warte mal. Geh nicht, tut man's wirklich dran, absolut. Naja, das ist jetzt der spezielle Nahkampfangriff, den möchte ich haben. Ah, Momentchen mal, meine Schrote noch da. Taschenabflug. Momentchen mal, F1 konnte man irgendwas machen. Bleib mal kurz stehen. Ausfahrung. Ah. Elf in der Hand. Der innere Feind. Fünf Selbstmordabschüsse. Perme, erreiche insgesamt 60 Sekunden in Zeitlupe. Ach, du Brutus mühsam da. Brauch ich auch noch nicht mehr? Brauch ich nicht... Ach, Mann ey. Die, das war echt zu lang, Alter. Das ist ein Seenband. Ja, Seenband. Teilen. Seenband, sei Dank. Tausend Punkte, Team gemeinsames Seenband erlangt. Hier ist Muni für dich. Und, äh, noch ein Seenband. Muni, 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 Muni. Sind die hier hinten? Gucken wir mal nach, die kann, die kann ich, warte mal. Ach, guck mal. Das ist eine Almerpuppe. Ihhh! Ihhh! Mami, 5.000 Punkte. Ihhh, was ist jetzt passiert? Irgendwas hat gerade geblitzt. Ja. Ich ahne es, wir haben gerade die Hölle auf Ehren beschworen. Ja, wahrscheinlich, je mehr Almerpuppen du sammelnest, desto mehr psychopathische, epileptische Anfälle kriegst du. Alter, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass da ein Typ hochgeht. Open the door. So ein Spiel lebt von Paranoia. Ohlalalalalalalalalala. Okay, es war nur ein Strom. Und irgendeine Stromstörung. Aber es wird dunkel. Da ist man da, 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 da. Da ist man da, 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 da. Was war da? Alter Geist! Ich bin stärker als du. Ist hier irgendwas? Ja, der huscht den Typ lang. Du gehst vor. Du bist übermächtig. Ich kann genauso sterben wie du. Na und? Hier geht's nicht weiter. Ich hab irgendeinen Knurren, hab ich eben gehört. Paranoia. Schnell weg hier. Schnell weg. Was war? Äh? Was ist hier passiert? Hast du hier weißen Bildschirm abgesehen? Nein. Ih! Ah, ich seh da immer nichts. Alter, das war irgendein Vieh, was auf dem Boden wie eine Spinne gekrabbelt ist. Das ist hier grad pure Paranoia. Oh Gott. Voll meinen schönen Kopf geputzelt. Oh Gott! Was? Ja, da ist ein Typ, wird da grad verbrannt. Oh Gott. Ey. Seelenband teilen. So, Tür auf. Und hier ist wieder normal. Ich finde ihn in die Gefängnis bevor das Gefängnis in die Luft fliegt. Waaah, ja klar. Wieso? Das ist überhaupt grad in die Luft. So, tak 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 tak. Aktivier die Bulletin! Taaaiiiiime! Ok Da unten sind wir echt genug Da unten in die Knause Treffen wir uns ja hier noch gar nicht, komm mit! Wir müssen runter Let's go! Hä? Der war irgendwie verpeilt Tja man, die meisten NPCs in den Spielen sind verpeilt Boah, grad Na gut, ich geh wirklich vor, das ist grad ne echt geile Taktik, ich muss einfach nur vorgehen Ja Ich komm nicht rüber wegen der Kiste Was ist da drin? Ein Klo! Der muss dringend ein ab sein Da kriegst du wahrscheinlich den Kackpass Ich glaub wir müssen uns beeilen Au, ii, wo muss ich denn? Ich glaub da lang Ne, wo lang? Hier lang? Ne Wo müssen wir hin? Sergeant, wir haben ein Problem Wie? Mein Körper geht aus dem Flöten Ja Geile Sache Weiße Ach, das ist wirklich ne Heidung Ich bin auch fast tot Ok Da ist er Ich glaub wir müssen ne Etage runter, aber wie? Komm vielleicht, wenn ich den krieg Jetzt ist das Feuer weg, außer hier Du hast den Typen getötet oder dann absolut sicher mich darüber teleportieren können, dann wär ich in Sicherheit gewesen Du? Ja Ja du, aber nicht ich Ja, das interessiert mich das Hä, wo geht's jetzt hier weiter? Hm Vielleicht wirklich hier? Ja, wir müssen sogar hier in die Zelle rein In die Kackzelle? Jo Gemeinsam Sehmann Oh, no, 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 no Hör Hopp Hopp Hm Ok Oh, no, no, no um die abwärts und sobald das hindert uns daran durch die Tür zu gehen eine Matratze Tja das ist doch mal die Figuren sind so dermaßen beschränkt in ihrem Handeln dass sie nicht mal ne Matratze bewegen können äh Aufstieg wo kam der denn jetzt her Experiment bin ich in Level 2 ich weiß nicht was das mitgebracht hat aber scheint dir was gutes zu werden ich möchte nur wissen hier geht alles in die Luftfelderbkommen das war ich ich hab auf ein Fass geschossen der ist in Hand 3.000 Doktor ok ich mag die Boulder-Time ich hatte gerade irgendwie so einen komischen schwarzen Bildschirm ich auch alter ich mocks hier gerade alle ab ah ich bin schon wieder am Fass was ist das? ich breche gerade zusammen ich auch ich auch da war was oh das war mir ok ich hab Gefängnis in Trostock oh schaff oh schaff nicht feil schaff nicht zwischendurch sieht nie aus wow hoppla hui du siehst das du siehst das gerade auch aus meiner Sicht oder? ah ich hab dich gefangen ja ich sehe das aus aus deiner Sicht das ist doof das immer weg sind hi servus grüßt sie miteinander grüß Gott gell jetzt ist wieder deutsch geformt euer Schaffen ihr werdet mich fürchten wie ihr es einst getan habt das ist wahrscheinlich Ara Malo Hulu wahrscheinlich der hat uns ja irgendwie gezüchtet aufstieg training Fähigkeit verbessert ähm wer ist du bist Lieblingssohn von Alma Moment ich will aber der Lieblingssohn sein er hat 8000 ich hab neun ich hab ich hab 8000 Punkte mehr kooperative Punkte 52.000 haben wir geschafft ok was steht da noch Taktik 2500 wer du bist eher Begabung du hast mehr Punkte mit deiner Begabung gemacht ja ok Leute und wie ist dann demnächst weiter geht sehen wir in der nächsten Folge von let's play together 4 3 tschö tschö Leute bis demnächst tschau